Ihr bekommt bei mir Stoff, doch der kommt nicht bei dir an. Blauzi ist in Südfrankreich und fragt, fragt was er machen kann. Hier, ich bin am Meer. Ich bin am Mittelmeer. Die Sonne scheint, richtig geiles Wetter erwischt. Und ich liebe Wasser, ich liebe Meer. Das ist Energie. Das das Museum oder was weiß ich, was Bastille. Keine Ahnung. Richtig krass. Check es mal aus, Yeah. I love that shit, baby. Da ist ein Schiff, da sind die Felsen, da ist das Meer und dann ist noch so ein Leuchtturm oder irgendwas. Yeah, geil. TV Brauzi, check's aus. Und hier ist der Yachthafen.